Mario Adorf ist ein deutscher Schauspieler, Hörspielsprecher und Autor. Seinen Durchbruch hatte er 1957 in dem Kriminalfilm Nachts, wenn der Teufel kam in der Rolle des von den Nationalsozialisten zum Serienmörders erklärten Bruno Lütke. Dieter Wedel besetzte ihn u. a. in seinen Mehrteilern Der große Bellheim, Der Schattenmann und die Affäre Semmeling in der Hauptrolle. Er gehört zu den profiliertesten zeitgenössischen Darstellern auf der Bühne, im Kino und im Fernsehen. Leben, Herkunft und Ausbildung Mario Adorf wurde als nicht-eheliches Kind der aus der Eifel stammenden deutschen Röntgenassistentin und späteren Schneiderin Alice Adorf und eines verheirateten Italieners, des Chirurgen Matteo Menitti aus dem süditalienischen Siderno, in Zürich geboren. Im Alter von drei Jahren musste seine Mutter ihn vorübergehend in ein katholisches Kinderheim geben, weil ihr das Geld für seine Ernährung fehlte. Er wuchs in Main in der Eifel auf, wo er nach dem Besuch des Borromeerinnenkindergartens und der Volksschule das städtische Reagymnasium absolvierte. Ab 1950 studierte er an der wiedergegründeten Universität Mainz Philosophie, Psychologie, Kriminologie, Literatur, Musikgeschichte und Theaterwissenschaften. Daneben betätigte er sich in einer Studentenboxstaffel sowie auf der Studentenbühne. Privates Mario Adorfs erste Ehefrau war die Schauspielerin Liswe Höfen. Aus dieser Beziehung stammt die Tochter Stella Adorf, ebenfalls Schauspielerin. Er ist seit 1985 in zweiter Ehe mit Monique Fayet verheiratet. Adorf lebt in München, Paris und Cetropes. Auf die Frage, was er an seiner Wahlheimat Rom schätzt, wo der Schauspieler jahrzehntelang wohnte, antwortet Mario Adorf in dem Dokumentarfilm Es hätte schlimmer kommen können in Bezug auf die 1960er Jahre. Meine Vergangenheit. Das war natürlich damals diese deutsche Vita-Zeit, sowohl vom Leben her, ein sehr leichtes Leben, wo man sehr gut leben konnte, mit wenig Geld auch. Eine sehr gut gelaunte Zeit auch. Karriere Im Jahr 1953 ging er zur Fortsetzung seines Studiums in seine Geburtsstadt Zürich und arbeitete dort als Statist und Regieassistent am Schauspielhaus Zürich. Kurz darauf brach er sein Studium ab. Es folgte eine Schauspielausbildung an der Otto-Falken-Berg-Schule in München. 1954 trat er mehrmals an den Münchner Kammerspielen auf. Im Anschluss an seine Schauspielausbildung hatte Adorf von 1955 bis 1962 bei den Münchner Kammerspielen ein Engagement als Schauspieler. Nach einigen kleineren Filmrollen wurde er durch seine Darstellung des psychopathischen Frauenmörders Bruno Lücke in Nachts – Wenn der Teufel kam – bekannt. Danach war er viele Jahre auf – Schurkenrollen – festgelegt. In Winnetou 1. Teil übernahm er die Rolle von Winnetous bösartigem Gegenspieler Santa, der Winnetous Schwester Nocci erschoss. In einem Interview erklärte Adorf 2013, dass ihn Menschen bis zum heutigen Tag auf diese Rolle ansprechen und beichten, ihm diese Filmtat lange nicht verziehen zu haben. In der Kriminalkomödie Die Herren mit der weißen Weste verkörperte er den Ganoven Bruno – Dendi – Stiegler. Erfolge feierte Adorf auch im internationalen Kino. Sein schauspielerisches Repertoire drückte sich meist in Charakteren aus, die zwischen raubeinigen Knechten oder Ganoven und edlen Mafiosi oder ehrenwerten Signori liegen. Auffällig zeigt sich auch Adorfs Vorliebe für die italienische Kultur. In dem italienischen Film Die Ermordung Matteo Thies spielte er den «Dus – Mussolini». Andererseits konnte Adorf auch sein komödiantisches Talent mehrfach unter Beweis stellen. Daneben erhielt er Engagements durch den jungen deutschen Film, wie als zwielichtiger Kommissar Beizmänner in Die verlorene Ehre der Katharina Blum oder als Vater Mazerat in der Güntergras-Verfilmung Die Blechtrommel. In der Verfilmung des Michael-Ende-Klassikers Momo übernahm er 1986 an der Seite von Hauptprotagonistin Rados Bokel die Rolle des Maurers Nikola. Ab Ende der 80er Jahre wandelte sich sein Filmimage indes und Adorf wurde zur Idealbesetzung von Patriarchen, insbesondere von mächtigen Unternehmern wie als Brauereimanager in Ex und Hopp, ein böses Spiel um Liebe, Geld und Bier. Dieter Wedel besetzte ihn in seinen Mehrteilern Der große Bellheim, Der Schattenmann und die Affäre Semmeling in der Hauptrolle. Im Dezember 1996 war er in der Titelrolle der Sat. 1 Krimireihe Tresco als Kunstsachverständiger Joachim, Jo, Tresco, dessen Idee zur Figur er und der Autor Peter Zingler sich selbst überlegt hatten, zu sehen. Anfang 1997 beendete Adorf auf eigenen Wunsch die Reihe, um sich um seine damals kranke Mutter zu kümmern. Im August 2009 stand Adorf als norddeutscher Marzipanfabrikant Konrad Hansen für das zweiteilige Familiendrama Der letzte Patriarch, der zu seinem 80. Geburtstag im September 2010 in der ARD gesendet wurde, neben Hannelore Elsner und Ursula Kaven in Hamburg, Lübeck, Shanghai und Singapore vor der Kamera. Mario Adorf erläuterte, warum er die Rolle übernommen habe, Hansen ist ein charmanter Kotzbrocken, der ganz schön hart sein kann. Aber er erkennt seine Fehler und lernt daraus. Das hat die Rolle für mich so interessant gemacht. Als seinen größten Wunsch gab er im Jahre 2010 an, in einer Verfilmung des Lebens von Karl Marx die Hauptrolle übernehmen zu wollen. Adorf hierzu, einmal so richtig Karl Marx spielen zu können, das könnte eine besondere Möglichkeit sein. Im Jahre 2018 spielte er die Hauptrolle in dem ZDF-Dokudrama Karl Marx, Der deutsche Prophet. 2003 war Adorf eines der Gründungsmitglieder der Deutschen Filmakademie. 2007 gehörte er unter dem Vorsitz des US-amerikanischen Filmemachers Paul Schrader zur Jury der Filmfestspiele von Berlin. Seit 2018 verleihen die Stadt Worms und die Nibelungen-Festspiele Worms den nach Adorf benannten Mario-Adorf-Preis. Er wird an Schauspieler, Bühnenbildner, Regisseure oder andere Mitglieder der Nibelungen-Festspiele verliehen, die sich durch außergewöhnliche künstlerische Leistung hervorheben. Adorf selbst gehört zum Kuratorium der Festspiele und sitzt in der Jury. Er initiierte 2002 unter anderem die Festspiele und wirkte selbst 2002 und 2003 als Schauspieler mit. Adorf betätigt sich neben seinen Arbeiten auf der Bühne und vor der Kamera auch als Sprecher, etwa als Synchronsprecher und Hörspielsprecher. 1999 sprach er den Prolog für das Udo-Jürgenslied »Die Krone der Schöpfung« aus dessen Studioalbum »Ich werde da sein«. Im selben Jahr übernahm er die Sprechrolle des Richters der Toten im Musical Elisabeth in Essen. Am 26. November 2016 las er die alljährliche Adventsgeschichte in der von Florian Silbereisen moderierten Fernsehshow »Das Adventsfest der 100.000 Lichter«. Ein Archiv von Mario Adorfs Werken befindet sich in der Akademie der Künste in Berlin. Engagement »Politisches Engagement« Adorf plädiert für eine flexiblere Einwanderungspolitik in Deutschland. So müssten die Menschen nicht zwingend integriert oder gar assimiliert werden, vielmehr müsse sich auch die deutsche Gesellschaft anpassen. Das sei in der Vergangenheit mit Italienern und Polen auch gelungen. Zum Kapitalismus äußerte er sich wie folgt »Ich glaube nicht an ewiges Wachstum.« Irgendwann wird der Kapitalismus am Ende sein. Soziales Engagement Adorf engagiert sich seit 2009 als Botschafter für gutes Hören, für die Entstigmatisierung Hörgeschädigter. Zusammen mit einem Hörgerätehersteller wirbt er für einen positiven Umgang mit Hörgeräten und sensibilisiert für die frühzeitige Erkennung und den Ausgleich von Hörminderungen. Auszeichnungen und Ehrungen 1958 Bundesfilmpreis Filmband in Gold für Nachts Wenn der Teufel kam 1958 Preis der deutschen Filmkritik für Nachts Wenn der Teufel kam 1974 Ernst Lubitsch Preis 1978 Bambi für der Hauptdarsteller 1979 Großer Hersfeldpreis 1982 Bundesfilmpreis Filmband in Silber für Lola 1986 Deutscher Darstellerpreis für Via Maler 1992 Goldene Kamera für künstlerische Gesamtleistung 1992 Bundesfilmpreis Filmband in Gold für Pizza Colonia 1993 Bundesverdienstkreuz 1993 Telestar für der Große Belheim 1994 Goldene Kamera für der Große Belheim 1994 Adolf Grimme Preis mit Gold für der Große Belheim 1995 Romy Platin Romy 1996 Goldenes Schlitzor 1996 Bayerischer Fernsehpreis zusammen mit Günter Strack und Heinz Hönig für der Schattenmann 1996 Karl Zuckmeier Medaille 1997 Karl Valentin Orden 1997 Diva Award 2000 Bayerischer Filmpreis Ehrenpreis für sein Lebenswerk 2001 Großes Bundesverdienstkreuz 2001 Ehrenbürgerschaft der Stadt Main 2003 Bayerischer Verdienstorden 2003 Siegfriedlowitzpreis 2003 Goldene Ochse Ehrenpreis des Filmkunstfestes Mecklenburg-Vorpommern 2004 Deutscher Filmpreis Filmpreis in Gold als Ehrenpreis für herausragende Verdienste um den deutschen Film 2004 Ehrenmitglied von Alemannia Aachen 2005 Verdienstorden des Landes Rheinland-Pfalz 2005 Filmfest München Cinemerit Award 2006 Platz 2 in der ZDF-Reihe Unsere Besten in der Sendung Lieblingsschauspieler 2006 Bambi 2007 Goldene Zeile 2009 Orden wieder den tierischen Ernst 2010 Stern auf dem Boulevard der Stars in Berlin 2010 Ehrendoktorwürde der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 2012 Goldene Kamera für sein Lebenswerk 2012 Berlin und Beyond Film Festival Auszeichnung für sein Lebenswerk 2014 In Main wird ein Weg nach ihm benannt 2016 Dresdner St. Georgsorden 2016 Internationales Filmfestival von Locarno Auszeichnung mit dem Ehrenpreis Pardo à la Carriera 2016 Bambi in der Kategorie Lebenswerk 2019 Herbert-Strate-Preis Kategorie Lebenswerk 2019